sie spricht nicht mit euch aber ich sage euch guten morgen dafür ja ja genau das hier machen wir jetzt auch aha also battles of legends terminal revenge praktisch genau so jetzt geht's ab so ist schon ganz gespannt entweder will sie so eine quarters ziehen oder phantom of jubel heißt das nicht ich packe immer so okay dann komme ich mal mit der kamera hoffentlich wird das was hier sehr schön hier haben wir die spiegel magierin ein phantom of jubel nein ich packe die so sehr gut also wie ihr seht da sind alles ultis drin und secret rares praktisch nicht in dem set und quarter wenn er glück habt schrottgobbeln wo schießt noch nicht so begeistert der eisbar kredo naja man kann nicht ganz enttäuscht sein bei dem set letztendlich wie gesagt habt ihr immer glitzer karten drin auf jeden fall spiegelkraft kammer ein spielzeugsoldat was dann nicht alles gibt war gut sich mit puzzle teilchen weiter als sein leblose und georgius schwertkämpfer gut das ist unsere titel wieder bis jetzt war sie noch nicht da nie hier ist noch eine spielzeugkiste also viel mit spielzeug sie ist ein geist ungeheuer jetzt haben sie den hier das ist so ein reprint praktisch ja genau die gab schon früher die karte sind panik die sind auch ganz cool auswendig die ist auch schön geist ungeheuer wo ist es glück geblieben aber die hat so einen schicken schimmer effekt hier ne ja die ist schön ich mache es mal für die kunden so ja guck und die ist auch schön mira streich schnapps da stahl ist da drin war ganz früher die karte die war ja auch immer super beliebter ja sieht eigentlich auch mit diesem glitzer effekt das finde ich haben sie ganz gut gemacht ne ein geister umwandler gut ich bin die mal bei den computer und guck mal nach genix und die haupt schnapps stahl naja gut aber die preise finden sich ja ein geist ungeheuer der sieht auch schön aus ja die secrets sind eh ganz gelungen würde ich sagen hier ist wieder so ein reprint von den alten hier ist eine wahrsagerin hier ist wieder dieser infernoid und hier ist noch ein infernoid noch kein durchbruch na gut ich nehme die mal zur seite hier sonst gibt ein haufen gleichweise hier ist was gefrorenes super hier springt wieder einer hier ist wieder so ein selbstmörder meinst energie umwandler den hatten wir ja schon ja den hat man schon ja wo jetzt noch so ein geist ungeheuer hatten wir die schon die andere wo der ist auch schön mit so einem drachen drauf ja ja die gefällt mir auch hier ist wieder so ein stern markiertes schwert ich finde das schwert noch nicht und hier ist noch ein infernoid den haben wir auch schon weiß ich nicht ob das der gleiche war naja ist ja egal brauchst jetzt nicht jede nachgucken nein das ist ein anderer das ist ein anderer ja naja dann gehst du in mehrere los Oji wo ist dein glück hier spinne noch nicht fertig habt ihr gesehen wie zickig die immer ist die hat mir in Zunge raus gestreckt unglaublich ein Rundriff ich gehe mal wieder runter hier ist ein General Insel blau den hatten wir schon Eisjade da war der Kameramann schuld würde ich sagen bei dem Wackler eben das kann schon mal passieren wenn er so unerfahren ist hier ist wieder so ein Gamma ich gehe mal auf den anderen Stapel ich lege die mal zur Seite hier her hier ist Lichter sammeln ein Elektroschütze und hier ist wieder ein Genetzverbündeter und vollgepanzerter ja so ein vollgepanzerter sieht auch cool aus markierter Verlust hier ist wieder so ein Geist ungeheuer ich glaube die kenne ich auch schon aus einem anderen Set und die hat man schon die Inseln und die Leblosen ungeheuer auch und den hatten wir auch schon die Katastrophe aber gut der sei auch ganz schick aus da sind wir auch noch doppelter drin eine gefrorene Domäne die Undine hatten wir auch schon oh die ist süß Wuschis Glück ist irgendwie weg hier ist noch ein Piepmatz Star Brigade na gut der sieht nicht so aus als wenn er was kostet obwohl der Schimmer-Effekt auch wie er ganz schick ist der ist auch schön der ist nicht so schön den hatten wir schon ja den hatten wir noch nicht ah jetzt haben wir den in Synchro den wir da schon normal hatten aha also wiederholt sich das zum Teil auch gut gut wir können mal zu unserem anderen Häuchen wieder raus vielleicht hast du ja mehr Glück in deinem ja diesmal schon hier ist ein Pinguin aha hier ist der Vogelmensch so und next einmal das Weltraum ja wunderschön ja 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 hier ist nochmal die Spielzeugkiste Buch der Lehre und so was Flammendes Elektroschütze oh und ein antiker Antriebsdrache in Secret ja den hatten wir auf jeden Fall noch nicht ich glaube diese antiken Antriebssachen die waren ja so und so jetzt gefragt Infernoid da kann man natürlich auch ein Deck von bauen von diesen Genix Dingern auch hier zack kommt noch ein Genix oh jetzt kommt er gleich wieder unser Vogel ja gut mal Stütze der Zukunft die Vision oh der eine erdgebundene Resonanz Schrott Schrott Ankunft der Erzunterwälder die sieht aber wieder schön aus ja das stimmt ja Uschi jetzt gibt dir mal Mühe so viele Pakete hast du gar nicht mehr ne Hüchsergeist eine Schlichtung oh wackeliges Quartett oh schon wieder die die haben sie schon so oft geprintet alter ich bin so kein Profi aber wenn du das sagst geh mal wieder rüber hier ist nochmal ein Geistungeheuer ein Anion hier ist nochmal der Spielzeugsalat der sieht auch wieder schön aus ein Flut naja so kann man den natürlich auch nennen ok ich gebe aber hier rüber auf deinen anderen auf mir den hatten wir schon den hatten wir auch schon den hatten wir noch nicht der ist aber auch schön und jetzt kommt leeren ne auch nicht Magination irgendwie sowas ja Uschi das wird nix hier meinst du ja den Richter hatten wir eben auch schon weiße Schlichtung Schutze der Zukunft Piatti der ist auch schön der Drache hier ist ein Himmelsjägerass ja den hatten wir wenigstens auch nicht von den Sequels hatten wir einige nicht ne ein paar waren doppelt aber zwei glaube ich den hatten wir schon Spielzeugpanzer den hatten wir noch nicht hier ist ein Strahl wie gesagt wir brauchen den Phantomjubel hier ist wohl die teuerste Karte da Flickgenics Überwacher letzte Paket ach Uschi kann man nichts aufmachen lassen siehst du die versagt immer das sagte man der Richtige naja ich wahrscheinlich noch mehr nochmal der Richter in drei Paketen hintereinander das gibt es doch gar nicht was denn das für ein Käse oh der sieht schön aus Schwertkämpfer der Eisbarriere und das war's ja und jetzt schaut noch mal in dieses enttäuschte Gesicht oh weia Uschi 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 das war schon mal viel besser vielleicht hast du ja Glück ja wer kann der kann ne so Uschi zieht jetzt von dannen wahrscheinlich nein du machst deins jetzt noch auf gib her die Kamera ach so jetzt gleich ja ich drehe jetzt zack aber dann bist du ja stinkig wenn ich die geilen Karten habe und du den Schrott ja ja macht ja nichts mach ja vielleicht ist ja auch was Gutes dabei dann machst du es nicht oh Uschi macht null von meinem Tresen da fällt alles runter ich heb das später auf was denn das für ein Käse da guck also wir haben ein Battle quasi ledel 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 ah jetzt verstehe ich ja kriege ich denn die Päckchen überhaupt auf mit meinen Fingern ja die gehen ganz leicht auf also oder muss ich die kaputt schneiden du hast doch gesehen wie ich das gemacht habe nee habe ich nicht ich habe ja auf die Karten geachtet aber jetzt kommen die guten Karten vielleicht warte erstes Paket das war wohl nichts ich glaube die anderen lassen wir weg und wir zeigen jetzt nur noch die na hier die Secret ne warte lass mich nicht alles lesen er kann das alles nicht lesen na du doch auch nicht so ja die anderen haben wir jetzt eh alle gezeigt schon da brauchen wir jetzt nichts mehr zeigen ach den hat man auch schon den Drachen hier aber das stimmt aber den haben wir jetzt schon dreimal so hier nochmal der komische Vogel den haben wir schon fünfmal ja auch dreimal aber diese die so teuer ist die scheint wohl auch dementsprechend selten zu sein so wie es aussieht hier ist irgendwie so ein anderer Vogel guck mal den haben wir aber noch nicht ne ist ein Kuribu Kuribu ist das ja ja voll geil Kuribu Level 6 ist der schön ja der ist schön der ist cool hier haben wir noch mal eine Zauberkarte die hatten wir schon hm ich brauche auch mal ein bisschen Glück hier zwei Pakete da wird ja wohl eine Quarter drin sein oder sowas aber ich glaube die Quarter sind viel seltener ne hier ist dein Puzzelfritze auch wieder hm Puzzelfritze schwarze Sonne ich weiß gar nicht hat man die überhaupt ne die hatten wir noch nicht ich will auch mal gewinnen Brionac den gab es früher auch schon mal ne oh der ist auch schön auch eine schöne Karte immer ja der magische Eisbrache die ist schön guck mal oh so dann haben wir noch mal so eine Zauberkarte Verschwinden der Leere die hat man auch noch nicht hat auch so einen Spiegeleffekt irgendwie wie gesagt wir wollen ja dieses komische Phantom haben das war es nicht dummerweise eine Quarter würde ich ja wohl erkennen wenn ich die ziehe oder weiß ich nicht nur mal schon markierte Fusion also Zauberkarten gibt es auch jede Menge da wohl was immer weniger wird bin ich der Meinung sind die Zauberkarten wie das sind doch Zauberkarten ja die Fallenkarten meine ich dann also Fallenkarten so was haben wir hier Jasmin haben wir hier einmal die gab es auch schon mal hier ist auch noch mal ein Drache da weiß ich gar nicht ob man den hat vorhin schon ja leg mal hin und siehst doch der Drache ne den Drachen hatten wir noch nicht dann besteht auch Hoffnung dass wir die andere Karte noch ziehen ist das auch so eine Rote also so eine Lelane ne ich glaube nicht ich kann gleich mal gucken RotLotus König ein Lotus das andere hieß ja irgendwas mit Phantom ach so da ist noch gar kein Bild abgebildet Phantom of Jubel den brauchen wir na dann Jubel mal jetzt gleich tatatata und ist es es ne ach verdammt wieder eine Zauberkarte immer die letzte quasi ich glaube diese Quad auch mittendrin sein können das wäre aber durchfällig dann in der Stapel wegschweißte quasi ja wir schweißen sie ja nicht weg Eisjade haben wir ja diese aber auch schick ausfindig markierte Fusion die hatte ich doch eben gerade ne schon ich hatte ja auch doppelte kannst du auch mal doppelte haben auch von den Secret wie viele gibt es da wohl auch von ach so wieder so eine Zauberkarte aber sieht auch ganz cool aus im Labor irgendwie ne na komm schon ich will es doch Uschis zeigen dass ich auch was kann Roxy F Managerin aber gut das ist auch nicht die Karte die wir suchen ne ne die letzten Pakete hier jetzt wird es aber langsam eng ach ja jetzt kommt wieder unser Superkunde Kläuschen der immer stört nochmal die markierte Fusion haben wir hier ich hab noch gar nichts gesagt ich hab noch gar nicht angefangen der buhlt immer um Aufmerksamkeit was für Zeug? Aufmerksamkeit haben wir das Essen? ja du nicht da haben wir nochmal die Zauberkarte von ihm das wiederholst du ja jetzt gerade alles ne die Lernmagierin das sagt der Richtige ne die Faltennervensäge das sagt die Obernervensäge dabei bin ich ne Eisensäge Geistungsungeheuer nochmal so ne Linkkarte hier so letzten drei Pakete haben wir noch da wird bestimmt nichts bei sein wer weiß wie selten die zu ziehen sind jetzt belästigt er auch noch Barney also ihr könntet ja mehr Glück haben wie wir oh 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 ich hab gewonnen ich hab gewonnen guck mal das sieht doch aus wie so ne Quarter hier guck ja ne der Hammer oder? ist du nicht die teuerste ne? ja das steht ja noch nicht fest da stehen ja noch gar keine Preise aber die ist cool ein Drache auf jeden Fall jetzt noch eine wer ist der Champion? ich bin der Champion ja jetzt dreht er wieder durch smiled ja Klauschen du kannst den toten Fisch essen wenn du willst von Ohr zu Ohr ja grins grins wenn man Uschi besiegt dann ist alles gut dann ist der Tag gerettet sie zeigt mir gerade den Stinkefinger stimmt gar nicht hat sowohl hat er sich eingebildet aber diese Phantom haben wir natürlich nicht Aspieg aber den hatten wir auch noch nicht ne? gut das war es soweit nicht kaputt machen oh ist ja doof ja gut das war es soweit ich bin zufrieden Uschi hat ihre Niederlage hinter sich okay alles klar bis dann tschüss tschüss